In unserer Branche ist es besonders wichtig, dass wir die Ware besonders schnell beim Kunden haben können und dadurch hilft uns das Hardox-Netzwerk durch die regionale Nähe zu unseren Kunden. Dadurch können wir besonders schnell sein und wir können auch beim Kunden Reparaturen zum Beispiel durchführen, wir können beim Kunden Beratungen durchführen, wenn es darauf ankommt auch mit der Unterstützung von SSAB in technischer Weise, zum Beispiel durch Kalkulationsprogramme, zum Beispiel Werkkalk oder Weltkalk. Das fängt natürlich bei der Materialauswahl an bis hin zu dem Produkt, was der Kunde sich im Endeffekt schon bei der Anfrage vorgestellt hat und das natürlich verbunden mit einer schnellen Lieferzeit. Das komplette Paket im One-Stop-Shop kann man es im Endeffekt dann glaube ich auch schon nennen.